Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Südwest-Startplatz am Monte Avena bei Veltre. Der Hauptstartplatz ist hier etwa einen Kilometer Richtung Osten entfernt. Hier der Startplatz, wenn man es ganz genau nimmt, geht er eigentlich nach Süd-Süd-West hinaus, halt ein bisschen mehr westlich als der Hauptstartplatz, aber reiner Westwind, das wäre jetzt diese Blickrichtung hier, da ist Westen, das ist hier auch nicht mehr besonders gut. Hier oberhalb, man sieht einen Windsack, da sind Modellflieger, die hier mit ihren Geräten rumsausen, also das sollte man wissen. Die müssen prinzipiell schon ausweichen, Unbemannte müssen bemannten Fliegern im Grunde immer ausweichen, aber man muss es ja nicht darauf anlegen, also ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Ja, hier der Startplatz ist nicht sehr oft benutzt, die meisten Leute gehen auf den Südstartplatz und ja, der Unterschied, wie gesagt, ist auch nicht so groß, deswegen nehmen viele die 1000 Meter weiter hier nicht in Kauf. Aber wenn der Wind doch ein bisschen mehr vom Südwesten kommt oder es einem am Südstartplatz doch zu überfüllt ist, dann ist das hier eine wunderschöne Alternative, wirklich ein tipptopp Startplatz hier. , oder? Ja, Untertitelung des ZDF, 2020